Hallo und herzlich willkommen zu FarmTV, Ihrem Infomagazin rund um die neuesten Entwicklungen und Innovationen von GEA Farm Technologies. Heute mit einer Spezialausgabe zu den AE50 Awards der American Society of Agricultural and Biological Engineers und der erfolgreichen Teilnahme der GEA HOOL Innovationen an diesem internationalen Wettbewerb. Alle wichtigen Informationen hierzu gleich bei FarmTV. GEA HOOL hat mit der Entwicklung des mehrstufigen Weizenpressensystems X-Press und der Doppelhubkolbenpumpe X-Pulse zwei der begehrten AE50 Awards gewonnen. Das hat die American Society of Agricultural and Biological Engineers, ASABE, vor kurzem bekannt gegeben. ASABE ist eine Bildungs- und Wissenschaftseinrichtung, die sich der Verbesserung der Forschung und Technologie für nachhaltige Systeme im Agrar- und Lebensmittelsektor widmet. X-Press und X-Pulse erhielten den Preis für das innovativste Design im Bereich der technischen Produkte und Systeme für die Lebensmittel- und Agrarbranche. X-Press ist ein integrierter Teil der Gülleseparation. X-Press wurde speziell für das Pressen vorher entwässerter Gülle entwickelt. Je nach gewählter Konfiguration eignen sich die separierten Feststoffe hervorragend für die Kompostierung oder als Einstreu. Somit wird ein hoher Komfort auf den Liegeflächen der Tiere gewährleistet. Außerdem gibt es einen einfachen Zugang zu dem Weizenpressen für die schnelle Reinigung. Die Doppelhubkolbenpumpe X-Pulse wurde entwickelt, um Gülle mit einer konstanten Durchflussrate über lange Wege zu pumpen oder zu Flüssigmistequipment zu befördern. Die niedrige Pferdestärke und das kompakte Design führen zu verschiedenen Einsatzmöglichkeiten bei der Beförderung von Flüssiggülle. Große Inlets und innovative Luftklappen machen den Weg frei für große Feststoffe. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit einer Absaugeeinrichtung. Unternehmen aus der ganzen Welt reichten ihre Bewerbung bei dem jährlichen AE50-Wettbewerb ein und bis zu 50 der besten Produkte wurden von einem Team aus internationalen Technikexperten ausgewählt. Andy Lenka-Itis, Environmental Sales Engineer bei Gea Farm Technologies, nahm den Preis am 6. Januar auf der Agricultural Equipment Technology Conference in Atlanta entgegen. Das AE50-Award-Programm wird von ASABEs Technikmagazin Resource gesponsert, um die Rolle von neuen Produkten und Systemen hervorzuheben und fortschrittliche Technologie auf den Markt zu bringen. X-Press und X-Pulse werden vor allem in der März-April-Ausgabe als besonderes AE50-Thema hervorgehoben. Das war es soweit von uns von FarmTV. Wenn Sie noch Fragen, Anregungen oder Wünsche zu unserem Programm haben, dann schreiben Sie uns doch eine E-Mail an info-at-gea-farm.com. Wir verabschieden uns an dieser Stelle von Ihnen und freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Tschüss und bis bald hier bei FarmTV.